Ich habe noch nie mit zwei verschiedenen Personen an einem Tag Sex gehabt. Du hast an einem Tag mit zwei Männern ger***t. Die Frage wurde gestellt, Giuliano, da hat die noch keinen Punkt gesetzt nach dem Satz. Ist schon aufgestanden, klar. Sandra auch, jetzt schauen wir mal. Scheint ihm anscheinend nicht zu passen. Die alte Weinreis. Alter. Ach so, man, an einem Tag mit zwei Männern geschlafen. Ja, ja oder nein? Sie ist doch aufgestanden, ja. Warum fragst du so dumm? Das ist brutal provokant. Ja, das ist ein hartes Limit hinterlegt. Egal, du bist auch aufgestanden. Diese Verachtung, die der hat. Echt jetzt? Bist du am falschen Filmer? Bist du am falschen Film? Du bist auch aufgestanden. Ja, nee. Also ich finde auch, dass das eher so ein Männerding ist.